Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Grimwads Sturz anzunehmen bei Halford Wyrmban in Boralus. An dieser Position ist die Folge Quest von Missionsbericht Grimwads Sturz. Nehmt die Quest gleich mal an und darf mich nun nach Nazmir begeben und dort einen bestimmten Punkt anlaufen. Der ist ziemlich weit weg von dem Stützpunkt wo man ankommt. Man muss bis hier hinlaufen. Ich werde mich jetzt auf diesen Weg begeben und hier denke ich mal so abkürzen. Ansonsten ist der Weg eine gute Orientierung finde ich und man begegnet nicht so vielen Gegner. Sollte euch dieses Video helfen dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und motiviert mich weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Was auch in eurem Sinne ist, denke ich. Weil ansonsten würdet ihr ja nicht dieses Video anschauen. Also schätze ich. Vielleicht schaut ihr es an einfach nur aus Langeweile. Aber das glaube ich nicht. Und somit würden wir uns gegenseitig helfen. Ja die Hälfte des Weges habe ich schon denke ich mal. Und jetzt laufe ich ein bisschen durch die Wildnis. Ok der gesamte Weg ist eine Wildnis. Aber da waren keine Gegner. Hier sind ein paar Wildtiere und sonstiges Viech sage ich mal. Hoffe ich werde nicht abgemountet. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Sieht sehr gut aus. So. Hier angekommen bei diesem Punkt. Darf man diese Spanner hier anklicken. Diese Spanner der Variants. Nun wäre die Quest schon bereit zur Abgabe. Aber ich erwähne es einfach mal so nebenbei. Nicht vergessen den Flugpunkt zu holen. Weil dafür macht man eigentlich diese Quest. Quest ist abzugeben bei Belia Bilsang in Nazmir an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao.